Es ist eine Pflicht, die ihre 70-jährige Herrschaft geprägt hat. Nur zweimal vermisste sie sie, als sie schwanger war. Jetzt gibt sie, zumindest für dieses Mal, die Verantwortung ab. Meine Lords und Mitglieder des Unterhauses. Die Königin leidet weiterhin an episodischen Mobilitätsproblemen, sagte der Palast. Sie habe in Absprache mit ihren Ärzten widerwillig entschieden, dass sie morgen nicht an der Staatseröffnung des Parlaments teilnehmen wird. Auf Wunsch ihrer Majestät und mit Zustimmung der zuständigen Behörden, wird der Prinz von Wales die Thronrede, im Namen ihrer Majestät und in Anwesenheit des Herzogs von Cambridge, verlesen. Es ist dem Palast wichtig zu betonen, dass Sohn und Enkel sie gemeinsam als Staatsräte eröffnen werden. Autorisiert durch ein einmaliges Patent der Königin. Die Königin wird sehr enttäuscht sein, eine ihrer wichtigsten konstitutionellen Aufgaben nicht erfüllen zu können. Aber das Tolle am Regency Act von 1937 ist, dass ihr Sohn der Prinz von Wales und ihr Enkel der Herzog von Cambridge vortreten und sicherstellen können, dass die Monarchie das Parlament effektiv eröffnet, sodass der politische Prozess weitergeht. In den letzten Monaten hat die Königin selbst zugegeben, Probleme zu haben. Ich kann mich leider nicht bewegen. Und ihre Covid-Erkrankung erhöhte die Besorgnis über ihre Gesundheit. Es macht einen sehr müde und erschöpft, nicht wahr? Aber mit 96 scheint sie bei den Vorbereitungen für ihr Platin-Jubiläum in guter Form zu sein. Es muss wohl für die Presse auf dem Kopf stehen. Damit sie sehen können, ich habe nichts dagegen. Ich bin egal. Und genau wie bei der Gedenkfeier von Prinz Philipp, wird jetzt überlegt, wie man ihre Gehwege verkürzen kann. Andere Veranstaltungen waren dann doch ein Schritt zu weit. Der Prinz von Wales übernimmt beim Commonwealth Day Gottesdienst und beim Mondi Gottesdienst die Rolle seiner Mutter. Das ist ohne jegliche Präzedenz. Ja, die Königin war zwar schon mal nicht bei der staatlichen Parlamentseröffnung dabei, genau zweimal. Aber die Lords, die Lords-Gemischnis, traten in die Bresche, wobei der Lord-Kanzler, als Anführer der Lords-Gemischnis, die Rede hielt. Dies ist das erste Mal, dass Staatsräte ernannt wurden. Diese sanfte Herangehensweise an den Übergang findet schon seit einiger Zeit statt. Prinz Charles legt ihren Kranz am Kino Taf nieder. Prinz William vertritt sie auf Auslandsreisen. Zu Beginn des Jubiläumsjahres versprach die Königin, ihrem Land weiterhin zu dienen. Sie wird nicht zurücktreten. Aber dies ist ein Moment, in dem sie zu schätzen weiß, dass ihre Erben symbolisch einspringen müssen. Briennon Mills, Sky News